Es ist mal ein schlechtes Zeichen, wenn der Bauch länger wackelt, als man sich selbst bewegt. Wenn das Lachen schon hohoho wird, dann ist es wirklich schlimm. Das ist bei mir mittlerweile so, wenn ich zu Hause mit dem Rücken zum Router stehe, habe ich vorne kein WLAN mehr. Das ist nicht gut. Ich bin nicht der Einzige, der zugelegt hat. Mein DHL-Boote, der hat auch zugelegt, weil er keine Treppen mehr gehen muss. Der darf unten das Paket ablegen. Aber auch dafür ist er zu faul geworden. Das Einzige, was der macht, der rennt mit seinem Zettelchen, der kommt zur Tür, der klingelt. Ich habe so eine kleine Video-Gegensprechanlage. Ich sehe den, ich spreche ihn an, ich sage, leg ab, hol es her, hol es her. Das Einzige, was der macht, er schreibt ein paar Kringelchen auf diesen Zettel, dann schmeißt er den so durch den Türschlitzel und dann rennt der zurück zu seinem DHL-Wagen. Beim dritten Mal bin ich hinterher, auf dem Balkon, habe ich hinterhergerufen. Ja, aha, DHL, der Hurensohn läuft. Ja, ich finde, das macht ja die Corona-Zeit agressiv gemacht. Ich habe gedacht, ich muss den irgendwann erwischen, irgendwann muss ich den erwischen. Und ich habe ihn erwischt. Nicht bei uns zu Hause, sondern bei uns im Riewe. Ja, da stand er plötzlich vor mir an der Kasse, hat sie so einen Red Bull gekauft. Und ich dachte so, ja, Freundchen, die Energie wirst du auch brauchen, wenn wir hier raus sind. War gar nicht nötig. Es ist Folgendes passiert. Er hat diesen Red Bull aufs Band gelegt. Er hat die Kassiererin den Red Bull genommen, hat ihn so durchgescannt. Und die saß Rücken an Rücken zu einer anderen Kassiererin. Und dann hat der den Red Bull gegeben und meinte zu dem, können Sie beim Nachbarn abholen. Das fand ich geil. Das war, mir hat gut gefallen. Das fand ich sehr lustig. Ich habe das meiner Frau erzählt. Sie fand das albern. Das ist albern. Da habe ich gesagt, nee, albern ist, wenn du beim Wimperntuschen so machst. Ich bin nicht gut im Argumentieren, aber es ist so. Ihr macht das. Ihr macht nicht so. Ihr macht so. Warum? Schminkt ihr euch auch hinterm Augen ein Lied? Man hat komische Angewohnheiten. Kann man nicht erklären, manchmal. Ich habe auch komische Angewohnheiten im Auto. Ich mache immer die Musik leise, wenn ich rückwärts einparke. Dann sehe ich mehr. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist ja auch nicht, dass ich, wenn ich an diesem Knöpfchen drehe, der Parklass wird sich größer wird. Das passiert ein bisschen. Keine Ahnung. Im Auto. Ich habe eine richtig bescheuerte Angewohnheit. Ich bremse wie ein Geistesgestörter, nachdem ich geblitzt wurde. Das hat noch nie viel gebracht. Das ist ja nicht so, dass je doller man bremst, vielleicht ein klitzekleines Stück in der Zeit zurückfährt. Das passiert ja nicht. Das ist ja nicht, dass man fährt. Fuck. Fuck. So, jetzt noch mal langsam. Das ist zu spät. Es gibt Sachen, die sind zu spät. Wie so ein Furz im Fahrstuhl. Zu spät. Das ist ja. Das ist so. Du stehst ja auch nicht da. Oh, sorry. Das ist... Ich rede auch im Auto. Auch wenn mich keiner hört. Wenn mich jemand vorlässt, sage ich danke. Handheben würde ich reichen. Aber ich sage noch nicht mal danke. Es ist mehr so ein... Danke. Danke. Ich habe neulich einen Parkplatz gesucht. So. Rumgesucht. Richtig lange gesucht. Und da habe ich einen freien Parkplatz gefunden. Da stand aber jemand drin. Kein Auto, sondern Typ. Stand einfach auf dem Parkplatz. Und ich bin so hingefahren. Da standen wir da. Also er stand im Parkplatz, ich in meinem Auto. Und haben uns so angeguckt. Und ich sage mal, das wäre so der Punkt gewesen, wo man das Fenster runter macht und fragt. Kann ich da bitte reinfahren? Nein. Ich sitze original im Auto. Kann ich da reinfahren? Kann ich da reinfahren? Kann ich reinfahren? Gut, der Park kann ich nicht parken. Nicht parken. Der guckte mich an. Der dachte so, was will der? Dann ist er zu mir zum Auto gekommen. Ich habe das Fenster runter gemacht, aber ich habe vergessen normal zu reden. Ich sagte, kann ich nicht reinfahren. Kann ich nicht reinfahren. Und der war so, ja, ja, doch, doch, klar, klar. Und ich sagte, also. Ich bin nicht stolz, aber ich habe später gesehen, das war ein Behindertenparkplatz. Das war nicht, das war ja. Ich war nicht, das ist nicht. Ich habe das jetzt einfach mal unter Missverständnis verbucht für mich. Ich hatte neulich ein schönes Missverständnis. Meiner Tochter. Ich bin Papa von zwei Kindern. Ja, ich bin jetzt seit über 18 Jahren mit meiner Frau zusammen. Und wir haben schon zweimal gebumst. Das ist eine gute Quote, glaube ich, für 18 Jahre. Für viele. Ich hatte ein sehr schönes Missverständnis. Und zwar sollte das erste Mal die Babysitterin auf die Dreijährige aufpassen. Und meine Frau meinte zu mir, kannst du das bitte der Kleinen erzählen? Und ich habe gesagt, ja, klar kann ich dir davon erzählen. Und dann bin ich zugegangen. Meinst du, pass mal auf, Schatz. Die Clarissa passt heute Abend auf dich auf. Und ihre Kindergärnerin heißt Larissa. Und sie so, die Larissa aus dem Kindergarten. Und ich so, achso, ne, heute kommt das die Clarissa. Clarissa. Clarissa mit einem C vorne. Ah, okay. Ist sie so etwas irritiert in ihr Zimmer gegangen. Und ich dachte, ich habe meinen Teil erledigt. Wunderbar. Und dann kam irgendwann nachmittags meine Frau zurück. Und meine Kleine, wie von der Tarantel gestochen zur Tür gerannt, völlig aufgelöst. Aber die Clarissa soll nicht auf mich aufpassen. Und meine Frau meinte, wieso nicht? Die ist ganz schön ganz lieb. Nein, ich habe Angst vor dir. Brauchst du nicht. Doch. Der Papa hat gesagt, dass die kaputte Füße hat. Und meine Frau guckt mich auf. Und meinte, was hast du dir gesagt? Und ich so, habe ich nicht. Habe ich nicht gesagt. Ja, was hast du denn gesagt? Ja, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, die Clarissa kommt heute Abend. Clarissa. Clarissa. Mit einem C vorne. Das war. Da habe ich wirklich. Leute, ich habe gedacht. Da muss der erst mal aufkommen. Was hat die erwartet, wer da gleich reinkommt? Hallo. Ich bin die Clarissa. Lass dich nicht irritieren. Ich habe nur einen C, aber der kann alles. Ich werde dich damit füttern und abputzen. Ihr zwei werdet euch gut verstehen. Okay, Leute. Zu anstrengend für mich. Es ist sehr schön hier bei euch gewesen. Vielen Dank. Mein Name ist Jan-Permatt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.